In dem heutigen Video möchte ich mit euch bei NBA Swear meine Aufstellung für die anstehende 28. Gameweek besprechen. Auch kurz einen Rückblick auf die 27. Gameweek-Wagen, die leider wieder mal nicht so gut gelaufen ist. Also anscheinend kann ich euch hier leider nicht weiterhelfen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich meine Gedanken mit euch hier teilen und auch ein paar Hintergrundinformationen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran und damit ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal Money Mafia. Gucken wir zunächst auf die zurückliegende Gameweek natürlich und starten mit dem Limited Contender. Ja hier 76 Punkte. Ist schon enorm, was mir da gefehlt hat. Und ja eigentlich nur hervorzuheben ist hier Kevin Hörder mit einem wirklich wieder sehr guten Spiel. Hat aus meiner Sicht wieder so ein bisschen zurück in seine Form gefunden. Das ist wirklich positiv für ihn. Ja, wer hier natürlich echt ins Klo gegriffen hat, Turin Prince unterirdische Leistung. Aber gut, an mir hat das nicht nur gescheitert. Im Großen und Ganzen hat das nicht geklappt hier mit meiner Aufstellung. Genauso hat es auch im Limited Champion leider nicht geklappt gehabt. Das ist der Bonus leider auch weit entfernt von dem, was ein MVP leisten müsste. Ja, Jonathan Kuminga weiterhin sehr gut in Form, muss man ja ehrlicherweise zugestehen. Aber auch natürlich vom Alperen Schengen habe ich mir mehr erhofft. Genauso wie auch vom Corey Gisbert. Und natürlich auch theoretisch von dem Scotty Barnes, der aber trotzdem über seiner Durchschnittsbewertung gespielt hat. Also an dem hat es dann auch nicht gelegen oder gescheitert, sage ich mal. Ansonsten, wenn wir uns den Limited Underdog anschauen, ja, es ist natürlich auch noch weit entfernt von irgendwelchen Platzierungen. Aber hier natürlich sehr gute Spiele von Drew Eubings und auch von Nikkei Alexander Walker. Ja, Javon Carter auch für seine Durchschnittsbewertung auch wieder gut gespielt. Ja, aber dann hat es natürlich auch nicht wirklich hier gereicht, wenn dann natürlich ein Spiel überhaupt nicht spielt und auch jetzt keiner überragend überragend gespielt hat. Also auch hier leider nichts gewesen. Genauso wie im Rare Contender hat es leider auch zu nichts gereicht. Natürlich aber hier hervorzuheben, dieses sehr starke Spiel von John Collins. Ja, mit einer Durchschnittsbewertung von 46 hier reingegangen, das ist schon stark, ja. Das hat aber auch nichts mehr geholfen und natürlich im Rare Champion ähnlich wie auch im Limited Champion. Ja, wenn das zum Bonus schon nicht so stark spielt, dann wird es natürlich sehr, sehr schwer. Ja, obwohl man auch hier sagen muss, natürlich gute Spiele von Michael Bridges auch, von Rudy Gobert. Hätte natürlich auch mehr sein müssen, damit ich weiter nach oben komme, abgesehen von der Leistung von Sabonis. Und ansonsten hier aber wirklich auch ein starkes Spiel wieder mal von Jeremy Grant. Ja, und Corey Kispert leider auch weit entfernt. Von daher leider wieder mal einen Griff ins Klo. Aber von daher lasst uns nicht weiter, ja, in der Vergangenheit leben, sondern nach vorne schauen. Und ich möchte euch hier dementsprechend auch meine Aufstellung für die anstehende Game Week vorstellen. Mit den neuen Aufstellungen starten wir natürlich wie immer erstmal im Limited Champion. Hier habe ich erstmal gleich auf MVP Positionen Jayden Brunson, ja, sehr stark in vorn. Ich habe zwar zuerst überlegt gehabt, dass ich hier zum Beispiel auch noch Sabonis drin habe, wo er jetzt ein Matchup hat, was ich glaube, was sehr gut ihm liegen würde, theoretisch gegen die Grizzlies. Aber jetzt habe ich mich am Ende umentschlossen, weil ich wollte auf jeden Fall Brunson drin haben und Bridges auf jeden Fall. Dann wäre es aber hinten raus, ja, Murks geworden, aus meiner Sicht. Von daher hier Brunson drin. Und ja, ich würde sagen, das sind alles Spiele, die machbar sind, wo er auf jeden Fall, wie gesagt, der Go-To-Guy bei den Knicks ist. Ich glaube, hätte niemand gedacht, als sie ihn damals getraded haben, dass er so einschlägt. Und ja, wird jetzt, denke ich mal, höchstwahrscheinlich ein All-Star, ansonsten wäre das echt eine Herbe-Enttäuschung. Und ja, ist ja jetzt schon eine Herbe-Enttäuschung, dass er nicht Starter geworden ist, aus meiner Sicht. Aber gut, auf jeden Fall Jalen Brunson am Start. Als nächstes Mikael Bridges, den wollte ich auf jeden Fall drin haben, weil er eben hier ein Matchup hat gegen sein Ex-Team. Ihr seht es ja auch noch an dieser Karte. Und zwar gegen die Phoenix Suns. Und da kann ich mir vorstellen, dass er da auf jeden Fall motiviert ist. Und natürlich auch ein Spiel gegen die Jazz. Sollte da einiges an Möglichkeiten für ihn entsprechend da sein. Als nächstes haben wir einen Anthony Edwards. Der hat zuerst auch wirklich erst ein sehr, sehr starkes Spiel gegen die Mavs gehabt. Ich glaube, er ist auch so eine Art Spieler, der performt in diesen Topspielen echt sehr, sehr stark. Das ist mir auch schon vorher aufgefallen. Und dann hast du natürlich hier die Mavs, die natürlich ein starkes Team mit starken Einzelspielern sind. Und dann natürlich einer der besten Teams überhaupt in der NBA mit den Oklahoma City-Bander. Und da kann ich mir vorstellen, dass er da auf jeden Fall ein bisschen zeigen will, was er drauf hat. Und mit einer Durchschnittsbewertung von 33 hier rein zu gehen, das ist dann, glaube ich, ein No-Brainer, an Edwards aufzustellen. Von daher ist er bei mir im Team, genauso wie Jeremy Sohan. 30 ist natürlich jetzt schon relativ hoch. Er hat aber jetzt, wie gesagt, ein paar Spiele echt über schon längere Zeit, also wirklich eine starke Formkurve nach oben gezeigt. Und vor allem auch, ja, wie gesagt, dass er jetzt als Vorwart spielt, finde ich deutlich, deutlich besser, als was er vorher da probiert hat. Das Experiment, das er da als Point Guard auflaufen sollte. Hier ist natürlich das Match-Up vor allem gegen die Wizards, was mir so ins Auge sticht. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie er da performt. Aber natürlich auch gegen Magic sollte da das ein oder andere möglich sein. Auch ja ein junges Team, die jetzt auch nicht komplett fehlerlos sind. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass auch in beiden Spielen sich da entsprechend für ihn auch Chancen ermöglichen. Und last but not least noch Nikkei Alexander-Walker. Ja, er ist auf jeden Fall in meiner Aufstellung mit dabei. Die Timberwolves hatten das ein oder andere an Verletzungssorgen. Er ist, glaube ich, sogar im letzten Spiel gestartet, wenn ich das jetzt noch richtig auf dem Schirm habe. Und ja, hat auch wirklich gut gespielt. Er ist da jetzt so ein bisschen natürlich, ja, ich sag mal, das kann hier ganz schön in die Hose gehen mit ihm. Ich hoffe, wenn er hier so seine, ja, vielleicht 25, 30 Durchschnittsbewertung macht, das wäre schon, glaube ich, wichtig. Wenn ich mir dann die anderen Spiele angucke, die anderen vier, wenn die dann stark spielen, dann kann das was werden. Aber ansonsten natürlich ja immer schwierig, natürlich. Und ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich weiß nicht mehr genau, was das Erfolgsrezept ist bei NBA Surrey, um hier wirklich nachhaltig was zu gewinnen. Aber von daher, ja, was denkt ihr auf jeden Fall zu der Aufstellung. Und ich gehe direkt weiter zur nächsten Aufstellung. Die da, der Limited Contender wäre, hier starte ich mal direkt mit Kelton Johnson durch. Er hat irgendwie wirklich ein echtes Formtief gehabt, hat jetzt ein paar Spiele gehabt, wo er wieder aufgedreht hat. Und da bin ich so optimistisch mit einer Durchschnittswertigung von 22, dass er da eigentlich nur noch besser spielen kann. Aus meiner Sicht ist das echt jetzt eine sehr, sehr gute Möglichkeit und stärkeres Upside als Downside. Von daher ist er hier in meinem Team mit dabei. Hier muss ich dann natürlich, wenn ihr hinten raus seht, was ich da noch an Spiele eingestellt habe, quasi ein bisschen in den Sau und Apfel beißen. Ich kann mir vorstellen, dass Corey Gisbert natürlich wieder irgendwann ein gutes Spiel haben kann. Ich hoffe, dass er es jetzt auch wieder einsetzt. Aus meiner Sicht hat er sehr gute Fähigkeiten und habe ich ihn hier im Team mit dabei auf jeden Fall. Ja, hier hatte ich eigentlich zuerst Torian Prince mit drin. Den hätte ich auch lieber drin, aber dann wäre es mit meiner Aufstellung nicht aufgegangen. Deswegen, weil ich auf jeden Fall unbedingt John Collins und Kevin Hurd in meiner Aufstellung hier drin haben wollte. So ist es jetzt Wu Hashimura geworden. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, ist eben ein Rollenspieler, wie viel Zeit er bekommt, wie er in dieses Spiel reinkommt, wie die Trainer ihn sehen. Drei Spiele sind drei Möglichkeiten. Von daher hoffe ich, dass da, ja, vielleicht ein Ausreißer dabei ist. Das reicht ja schon. Und ja, als nächstes haben wir John Collins. Natürlich hier nicht ganz einfache Spiele. Ich bin auch gespannt, wie er hier performen wird. Aber auch hier in drei Spielen, er hat jetzt wirklich eine aufsteigende Formkurve gehabt. Ich hoffe, dass er eins von diesen Spielen auch eher sehr positiv gestalten wird. Und von daher ist er hier mit drin. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er, ja, fast Walker Kessler da verdrängt. Ich weiß noch gar nicht, was die Jazz da machen. Ich würde es probieren, eben, ja, um ihn aufzubauen. Und hätte Collins jetzt als Format auflaufen lassen. Aber gut, haben sich jetzt so entschieden. Walker Kessler kriegt relativ wenig Spielzeit. Das ist natürlich auch irgendwie schade, weil ich ihn ja auch als Karte habe und glaube, dass er echt einiges an Potenzial hat. Mal gucken. Und last but not least noch Kevin Hurter. Sowieso aufsteigende Formkurve. Dann gegen den Memphis Grizzlies Team, die ja wirklich, ja, nicht so viel zu melden haben momentan. Wo ich glaube, dass da echt einiges an Möglichkeiten für ihn auch offen sind. Und dann auch, ja, das normale Regular Season Miami Heat Team, was on-off ist, so ein bisschen. Und, ja, ich gehe aber davon aus, dass er da wirklich auch eines von diesen Spielen, wenn nicht sogar beide, auch positiv gestaltet. Und ich glaube, da ist auch einiges noch an Möglichkeiten. Und, ja, ihn hier mit 26 reinzubringen, ist, glaube ich, noch so die Kante. Wenn es jetzt mehr wird, wenn es Richtung 30 wird, dann ist eben die Frage, ob sich das da wirklich lohnt. Aber die letzten Wochen war es aus meiner Sicht immer wirklich eine, ja, gewinnbringende Möglichkeit, ihn hier einfach auch einzusetzen. Hier nur noch mal kurz meine Aufstellung, eben Limited Underdog. Ja, ich gehe auch wieder nicht von aus, dass hier irgendwas Großes bei rumkommen wird. Jetzt ist hier natürlich Toreen Prince reingerutscht. Ja, er steht und fällt hier auf jeden Fall mit James Booknight. Wenn der ein gutes Spiel haben sollte oder überhaupt spielt, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, und alle anderen irgendwie, ja, über ihre Möglichkeiten und über ihre Durchschnittsberettung spielen, dann ist da vielleicht irgendwas drin. Aber es sind zu viele, ja, Wenn und Abers dabei. Ja, von daher, aber die Aufstellung ist auf jeden Fall bei mir im Limited Underdog im Rennen. Und selbst wenn es nur für die Prozente, dass sie nach oben gehen, reicht, dann ist es auch schon mal nicht verkehrt. Dann machen wir direkt weiter im Rare Champion. Und da habe ich mich dann doch, ja, ich sage mal, breitschlagen lassen, dass ich hier auf Subbonus gesetzt habe. Ja. War nicht ganz einfach, diese Aufstellung irgendwie zusammenzubringen. Aber für ihn habe ich jetzt auf jeden Fall im Rennen, jetzt so ein bisschen entgegengesetzt zu dem, was ich ja im Limited-Bereich gemacht habe. Mal gucken, wie das aufgeht. Als nächstes ein Jalen Smith, hier auf jeden Fall, ja, ein letztes Spiel, wo er sehr, sehr gut performt hat. Wie so auch allgemein eine aufstrengende Frontkurve hat er jetzt über ein paar Spiele. Und von daher, ja, lasse ich ihn hier mal drin und hoffe, dass er mich in dieser Gameweek auch irgendwie glücklich macht. Als nächstes ein Rudy Gobert. Zwei Matchups, wo er als Center aufläuft, wo er aus meiner Sicht wirklich, ja, deutlich durch überlegen sein sollte. Also, nichts gegen Chad Holmgren, ja, aber den würde er einfach wegdrücken und der kann da nicht gegenhalten physisch. Und auch ein Lively würde das auch nicht haben können. Von daher sind das beides, glaube ich, sehr gute Spiele und Matchup-mäßig sehr, sehr passig. Mittlerweile auch mit der Durchschnittsbewertung sehr, sehr hoch. Als nächstes Clint Capella. Ja, leider nur ein einziges Spiel. Das könnte spannend werden, aber gegen die Lakers kann ich mir vorstellen, dass er da sowieso motiviert ist. Anthony Davis ist ja sowieso immer ein bisschen on-off. Ja, darauf spekuliere ich auf jeden Fall ein bisschen. Und natürlich auch, wenn ich sehe, dass seine Durchschnittsbewertung von 25 jetzt mittlerweile sehr gesunken ist, glaube ich dann doch, dass die Upside, die er hat, größer ist als die Downside. Von daher, mal schauen. Und last but not least noch Jeremy Grant. Ja, sowieso immer wieder sehr, sehr starke Spiele dabei. Natürlich jetzt hier zwei sehr starke Gegner mit den 76ers und mit den Bucks, aber wer, wenn nicht er, wird in so einem Spiel nach vorne gehen und entsprechend performen. Natürlich Anthony Simons mit seinem Ego-Ball, sag ich mal in Anführungszeichen. Aber mal gucken. Jeremy Grant, da glaube ich, dass da die ein oder anderen Möglichkeiten sich auch für ihn ergeben. Aus meiner Sicht der beste Spieler bei den Trailblazers, also im Großen und Ganzen als Paket. Und von daher, ja, hier auf jeden Fall auch in meiner Aufstellung mit dabei. Und last but not least noch meine Rare Contender Aufstellung. Hier starte ich auch bezogen dadurch, dass ich hinten Ingram und Collins aufstellen wollte mit dem Javon Carter. Das kann natürlich Hopp oder Flop werden, aber mit einer Durchschnittsbewertung von 10 ist er natürlich nach unten nicht mehr so viel Potenzial. Aber dafür nach oben ein bisschen mehr. Als nächstes Cole Kispert jetzt auch nicht super in Form. Da ist so die Frage, ja, wie das aussehen wird. Hatte ich ja vorhin schon angesprochen gehabt. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Hier habe ich es jetzt geschafft, Torian Prince aufzustellen. Analog zu Rui Hashimova ist er auch mehr oder weniger ein Rollenspieler, auch wenn er deutlich mehr Zeit bekommt und auch eigentlich immer in einer Startformation steht. Glaube ich auch, dass er hier eines von diesen drei Spielen positiv gestalten wird. Vor allem, wenn ich mir angucke, wie die Hawks, ja, da läuft momentan ja nicht so viel zusammen. Da geht, glaube ich, einiges. Deswegen ist er bei mir hier auch in der Aufstellung mit dabei. Als nächstes ist Brandon Ingram. Ja, mit einer Durchschnittsbewertung von 32 kannst du, glaube ich, nicht viel verkehrt machen. Ihn hier auch mit einzusetzen. Von daher ist er hier auch bei mir im Team dabei. Jetzt natürlich auch keine mega einfachen Spiele, aber er ist ja, ich glaube, auch einer der wichtigsten Spieler mit bei den Pelicans. Und da glaube ich auch, dass da einiges an Möglichkeiten ist. Aus meiner Sicht aber auch gut in Form eigentlich per se. Und last but not least hatte ich vorhin auch schon einiges zu John Collins gesagt. Muss ich, glaube ich, nicht wiederholen. Und so sieht wie gerade auch meine Aufstellung im Red Contender Bereich aus. Ich bin gespannt, ob ich es jetzt irgendwann mal wieder schaffe, irgendwelche Rewards zu gewinnen. Weil es ist jetzt schon echt eine Dürreperiode über mehrere Game Weeks. Und zwischendurch nur mal ein oder zwei Rewards. Das ist echt, ja, unterferner liefen. Ich hoffe, dass es bei euch besser lief, die vergangenen Game Weeks. Und drücke euch auf jeden Fall auch für die anstehende Game Week die Daumen. Und wenn ihr jetzt bei NBA Story einsteigen wollt, lasst ihr euch unten in der Videobeschreibung meinen Affiliate-Link da. Wenn ihr euch unter diesem Link anmeldet und fünf Limited-Karten in der Auktion ersteigert, kriegt ihr eine Limited-Karte gratis dazu. Ich würde ebenfalls eine Limited-Karte dazu erhalten. Das hat ja Transparenz selber gesagt gehabt. Wenn ihr euch aber nur einfach so anmeldet, bekommt ihr auch keine Limited-Karte gratis dazu. Von daher nutzt auf jeden Fall irgendeinen Affiliate-Link. Wenn ihr nicht meines von irgendwelchen anderen, ja, bei YouTube oder von Freunden, bekannten, Verwandten, was auch immer. Hauptsache, ich kriege diese Karte kostenlos dazu. Und dann lasse ich euch abschließend hier noch eine Video-Empfehlung und eine Playlist von mir einblenden. Wünsche euch, wie gesagt, viel Erfolg bei der anstehenden Game Week. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.